Untertitelung des ZDF, Translator Gehen wir? Mit Schienen oder mit Schlitten? Erstmal mit Schlitten. Dann jetzt gerade geht's. Schon, schon, schon. Warte, warte kurz. Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ah, shit. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. Mit han da, mit han er han nu. Oh, oh. 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 Oh 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 I'm wrong camera I'm wrong camera I'm wrong Grob, bock, 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 bock. Wo ist es, Janine? Ich bin hier. Geht sich heute noch aus? Ui, hallo. Ein bisschen, Janine. Aber schön. Aber ich bin so nah. Schön nicht die Hunde. Guck mal, wo kommt die Aussicht? Schau, wie schön unten die Aussicht ist. Und da, wenn ich nicht runterfalle. Wenn ich da runterfalle, würde ich schon sterben. Wenn ich da runterfalle und sterbe, würde ich nicht. Ich mache es nicht mehr weiter. Ah, meine Mama, meine Brüder. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ich glaube, es ist wirklich nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Man Later! Ja, hier unten ist das Gebete. Nein, nein. Hier unten ist das Gebiet. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Gewonnen! Gewonnen! Ryan! Wir haben gewonnen! Das war Kopf an Kopf. Die letzten Meter hast du verloren. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Es war cool. Bei einem, du bist so, du liegst. Kommt er nicht. Aber in der ganzen Kamera bin ich nach vorne. Der Marli ist auch da mit seiner Puppe. Der war mit dem Skifahren. Der hat geschafft, in einer Minute 43 Sekunden. Es ist weiter Platz, aber ja. Marli, komm! Wo ist der Ryan? Schau mal, Marli! In Robin Hood Kleidung. Hast du unser Zimmer gezeigt? Welches Zimmer? Komm mit! Was willst du? Kannst du dann zu meinem Auto gehen? Und in der Mitte ist diese Box zum holen. Kommst du gut? Ja, geht er. Mach mal Licht. Zeig mal die Wohnung. Eine Raumtour. Okay. Also das ist mein Zimmer. Da werde ich oben schlafen. Da der Kino. Mhm. Hier ist ein sehr großer Balkon. Ja, das verschauen wir gut. Ja. Gehen wir weiter. Hier in den... Vorzimmer. Vorzimmer, ja. Da haben wir noch nicht ausgepackt. Da ist, was ist da? Die Küche? Die Küche. Alles hier mit Kaffee. Alles hier zum Kochen, zum Sitzen, zum Tratschen. Ja, da ist unser Geschenk. Das ist eine Pfeffermülle. Was ist das? Das ist eine Pfeffermülle. Das ist eine Salzmülle. Das ist eine Chilimülle. Was machst du in deinem Robin Hood Outfit? Das sind Kaffee. Schöner Party! Schöner Party! So. Okay, dann weiter zum Klo. Der Klo muss man auch zeigen. Ja, ein bisschen. Also badet sie mal. Ja, da geht's jetzt gleich. Ja, ich weiß, was das ist. Ja, das ist... Ja, das ist... Das ist gut. Ja, da ist das Schlafzimmer. Da sind die Elternzimmer. Oh, wie chillig. Chillig ist das. Warum ist bei jedem eine Kastanne hier? Ja, weil das ist... So. Das ist Dankeschön. Schon die Lampe! Ja, geil. Oha. Heide, chillig. Komm, chillig. Geh weiter. Zeig weiter. Ihr dürft immer das beste Bett. Jetzt gehen wir zum Wohnzimmer. Auch in das chillig. Ja, das Wohnzimmer. Zum chillen. Zum Fernsehschauen. Was ist das überhaupt? Die Heißung. Die Heißung. Pass auf, da ist heiß. Nein, hier ist es heiß. Nein, hier ist es heiß. Ist es heiß? Wow, schau den Adler oder was ist das? Ja, hier ist es heiß. Ja, hier ist es heiß. Ich bin ein Adler, okay. Ich bin ein Adler. Das ist echt. Das ist alles. Das ist alles. Ich bin ein Adler, okay. Das ist alles. Ich bin ein Adler, okay? Untertitelung. BR 2018